Heute haben wir mal eine Legende des Rock'n'Roll auf dem Bautisch. It's Rock'n'Roll, Baby! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Hier heute wieder aus dem Klemmerstein TV Studio. Nach Urlaubspause wieder am Bautisch für euch. Und zum Wiedereinstieg habe ich euch was rausgesucht, wo ich mich sehr drauf gefreut habe. Ich habe es mir aus den Staaten bestellt. Und zwar ein Set von Megakonstrux aus einer neuen Serie von denen. Die heißt Mega Collabs. Und das sind dann halt so Very Special Sets. Da ist das dann ein Werbeslogan zu. It's not just a toy, it's a piece of art. Und in diesem Fall ist es schon so. Und zwar ist das hier aus den Staaten bei mir angekommen. Bis das ganze Ding hier war bei mir, hat es mich rund 94 Euro inklusive Versand und Zoll und allen Schnipp und Schnapp gekostet. Das Set an sich kostet in den Staaten 79 Dollar, wenn man es denn bekommt. Ist nämlich gar nicht so einfach. Es ist eine Limited Edition. Wo man es gegebenenfalls noch kriegen kann, sage ich euch gleich, nachdem wir hier einmal in den Karton reingeguckt haben. Ich bin ein bisschen gespannt, weil so richtig von den Größenverhältnissen konnte ich mir noch nicht vorstellen, was da auf mich zukommt. Erstmal haben wir hier so ein bisschen Papier, damit wir da nichts kaputt machen innen drin. Und dann holen wir das mal hier raus. Und man sieht hier schon, um was es sich handelt. Und zwar um einen Bausatz von einer Fender Stratocaster. In Rot. 234 oder 243 Teile. Also nicht wirklich viel, vor allem nicht für den Preis. Zumal bei 94 Euro, da bekommt man fast eine funktionierende Stratocaster. Halt von der Günstigmarke. Hier quasi von Skoda, von Fender. Die Marke Squire. Und da liegt dann so eine Stratocaster, die wirklich spielen kann, die wirklich funktioniert und auch gut funktioniert. Bei 129 Euro. Also so viel Unterschied ist da nicht mehr. Wobei ich davon ausgehe, dass das gute Stück hier im Laufe der Jahre wahrscheinlich noch einen guten Wertzuwachs hinlegen wird. Und dann hinter dem Preis übertreffen wird, den halt eine Stratocaster von Squire kostet. Schauen wir aber erstmal, was wir hier haben. Also wie schon gesagt, hier vorne drauf sieht man das Ganze. Es soll ein Gitarrenkoffer sein. Den wir hier drauf haben. Interessant ist übrigens noch, das ganze Ding hier wurde im Februar von Mega angekündigt. Und kurz davor, oder einiges davor, hat Lego bei Ideas auch eine Fender Stratocaster quasi durchgewunken, die als Ideas Set kommen soll. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob Lego da auch die Lizenz für schon in der Tasche hat oder nicht. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden, muss ich gestehen, wie es um die Strat von Lego steht. Aber die hier von Mega Collapse, ist jetzt hier nochmal, Mega Collapse. Die haben wir jetzt hier auf dem Tisch liegen. Ist kurz bevor ich in den Urlaub gefahren bin, bei mir aus den Staaten eingetroffen. Und jetzt wollen wir uns mal zusammen anschauen, was wir hier so drin haben. So, vorsichtig aufmachen. Aber hier haben wir es nämlich nochmal. This is not just a toy. It is art. Neue Serie von dem, habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Es gibt auch bis jetzt, glaube ich, noch nicht so viel aus der Serie. Das wäre einmal hier die Fender. Und dann gibt es Labis. Das ist so ein Kanickel mit Schnurrbart. Da gibt es noch zwei davon. Einmal halt das klassische Labis. Scheint in Amerika ein großes Ding zu sein. Ich kannte es vorher gar nicht. Und einmal als Battle Cat slash He-Man Crossover. Ich verlinke es euch mal unten in der Videobeschreibung für den, den es interessiert. Leider hat mein Gitarrenkoffer hier schon ein bisschen was abbekommen. Aber schauen wir mal. Ich mache ihn mal so auf, dass ihr auch was seht hier. Ich gucke auf den Kontrollbildschirm. Und hier haben wir, wo hinter die Gitarre reinkommt. Und da sieht man schon, so richtig riesengroß wird sie nicht. Habe ich jetzt aber auch nicht erwartet, dass sie in Originalgröße ist. Dann ist hier für das Tremolo der Platz. Und hier kommt ein Pick rein. Und hier im oberen Teil, da dürften sich jetzt unsere Bauteile verstecken. Die wahnsinnigen 243 Stück. Achso, ja. Also regulär kostet das gute Stück ja 79,99 Dollar in den Staaten. Aber wenn ihr auf die deutsche Fender-Seite geht, auch das verlinke ich euch mal hier unten. Da steht etwas von 49,99 Euro, dass man halt benachrichtigt werden soll, wenn die ganze verfügbar ist. Ob die jemals auf der Fender-Seite verfügbar wird, kann ich euch nicht sagen. Aber für diejenigen, die Interesse daran haben, die können es da ja mal probieren. Dann könnt ihr sagen, habe ich wirklich bei Fender gekauft. Ja, und dann haben wir hier drin die Bausteine. Mehrere Tüten, insgesamt fünf. Und dann machen wir das Ganze wieder schön zu. Und hier kann das Gebaute dann hinterher halt rein. Und dann hat man einen schönen Gitarrenkoffer, wo man das Ganze hinterher wegpacken kann. Wobei ich sagen würde, so eine Gitarre, die wird sich auch hinterher gut bei mir hinterher hinten im Regal machen. Apropos Gitarre. Ich selber bin leider komplett talentbefreit, was musikalische Instrumente angeht. Und bin nur mit einem sehr guten Musikgeschmack gesegnet. Auf alle Fälle hat mich allerdings hier die Sache, dass es jetzt hier von Megakonstrucks gibt, so ein bisschen wieder in dem Wunsch bestärkt, dass ich eigentlich Gitarre spielen lernen möchte. Ich glaube, ich gehe da mal wieder dran. So als Private Project. Weil wenn alles gut läuft, werde ich in nächster Zeit ein bisschen mehr Zeit für mich haben. Und weil wir gestalten gerade ein bisschen was um, wir strukturieren ein bisschen was um in der Firma. Und dass so ein bisschen das Life-Work-Balance wieder besser wird. Und vielleicht habe ich dann sogar Zeit, mein Instrument zu lernen. Aber jetzt wollen wir uns erstmal hier aus der Nähe anschauen, was wir hier in dem Karton alles gefunden haben. So, dann wollen wir doch mal gucken, wie hier so ein Stück Rockgeschichte in Klemmbausteinformat aussieht. Im ersten Moment erstmal ziemlich unspektakulär. Ja, hier haben wir die gedruckten Teile drinne. Wir haben hier die Abnehmer. Das wird das Tremolo werden. Ja, ansonsten fünf Tüten insgesamt. Ah, hier haben wir den Gitarrenhals. Auch bedruckte Teile. Da sind doch eine Menge bedruckte Teile dabei. Bin mal gespannt. Dann gucken wir uns mal die Bauanleitung an. Die ist hier geklebt. Und in einem, ich sag mal, ein bisschen ungewöhnlicheren Format, würde ich mal so sagen. Insgesamt haben wir keine Seitenzahl. So sieht das gute Stück hinterher aus. Wir haben einen Stand mit dabei. Wir haben einen Original-Fender-Plektron mit dabei. Hier haben wir die verschiedenen Teile. Was haben wir hier hinten noch draufstehen? Construction goes pop. Mega collapse. Fuses pop culture with building to deliver a curated collection of authentic collectibles. Könnte das heißen, dass vielleicht noch andere legendäre Gitarren früher oder später auch als Bausatz kommen? Vielleicht eine Telecaster? Oder noch viel geiler eine Les Paul von Gibson? Finde ich ja persönlich rein von der Form eine der schönsten Gitarren überhaupt. Wohingegen ich jetzt für meine die nächsten vielleicht kommenden Instrumenteversuche durchaus die Stratocaster wählen würde. Weil die halt von, wie es leichter, anatomisch besser geformt. Und sie hat, ganz, ganz wichtig, sie hat einen Belly Curve. Das heißt, ich sag mal, so ältere Rocklegenden, wie ich eine bin, die neigen ja schon dazu, so ein bisschen Bauch angesetzt zu haben. Und die Stratocaster, die hat da extra anatomisch geformte Ausbuchtung für. Ja, das finde ich mal klasse. Ja, dann haben wir ihn drin in der Bauanleitung, das kann man hier, hupser, ausklappen. Da sieht man einmal, wie sie hinterher aussieht. Wir haben hier den Designer. Bisschen was über die Stratocaster selber, dass die 1954 quasi das Licht der Welt entdeckt hat. Und seitdem von wirklich illustren Rockgrößen gespielt wurde. Allen voran Buddy Holly war einer der ersten. Jimi Hendrix, gleich mehrere davon, genau wie Eric Clapton. Dann die Gitarristen von Deep Purple, von Bon Jovi oder Pink Floyd haben sich alle dieser Gitarre befleißigt. Es ist die meistverkaufte und meistkopierte E-Gitarre der Welt. Ja, so viel mal hier zu Trivia. Bauanleitung ist, ja, ich würde mal sagen, klassisch von der Aufteilung für Megakonstruktion, sprich hier Farbkodiert. Sehr gut erkennbar, immer mit welchem Beutel man gerade verbauen muss. Und ich sehe es jetzt schon, das Ganze ist hier mit 180 Grad Baurichtungsumkehr. Ich liebe das Set jetzt schon. Ja, ob es wirklich diesem massiv teuren Preis wert ist, werden wir hinterher sehen. Aber ich denke mal, das ist wirklich ein Liebhaber- und Sammlerstück. Und wenn man halt wirklich auf Rock'n'Roc'n'Roll steht, könnte einem das durchaus wert sein. Ich kann allerdings auch verstehen, wenn einer sagt, da hast du eine Klatsche. Fast ein Hunderter für 243 Teile. Völlig nachvollziehbare Argumentation, möchte ich mal so an dieser Stelle sagen. Aber ich würde sagen, ich schnappe mir jetzt einen Teller, packe mein erstes Beutelchen da drauf und fange einfach mal mit dem Bau an. So, da waren zwei kleine Tüten in der Tüte 1. Dies hier war in der kleinen zweiten Tüte. Ich habe es jetzt zusammen auf einen Teller gepackt, weil so viel ist es nicht. Der Rotton ist ein bisschen anderer, als wir den jetzt zum Beispiel von Lero und Konsorten kennen. Aber durchaus ein schöner. Allerdings im Finish ein bisschen matt. Also ist nicht so hochglanzglossy, wie man das sonst kennt. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob das einfach hier im Produktionsprozess so passiert ist. Aber sie wirken nicht ganz so shiny, wie wir das halt von anderen Steinen, von anderen Herstellern kennen. Also sowohl Cuman als auch Kubi oder Lego sind da hochglanzpolierter, würde ich fast sagen. Ja, also dieses Set werde ich lieben, das kann ich euch jetzt schon sagen. Wir sind gerade mal bei Baustet Nummer 5. Und ich habe hier vier 180 Grad Bruststeine verbaut und zwei einmal fünf Plates. Das ist ja sowieso mein Lieblingsstein direkt nach dem Brust. Also dieses Set hat alles, was es braucht, um mich glücklich zu machen. So, Tüte 1 hat uns hier hingebracht. Von der Form her gefällt es mir gut. Von der Steinequalität, ja. Also da haben wir schon Besseres gesehen, definitiv. Nicht was die Klemmkraft und so angeht und auch nicht was die Abstände und Maßhaltigkeit angeht. Nee, aber zum einen, ihr seht es hier, haben wir hier Farbabweichung im Rotton. Und zum anderen sind die schon teilweise echt ganz schön verkratzt. Und manche sind halt hier in diesem, ja, ich möchte sagen, leichten Matten. Und dann haben wir aber welche, die mehr shiny sind. Ja, also, gut. Ich sage mal, bei einem Teilepreis von irgendwie 40 Cent pro Stück, also pro Teil, da darf man natürlich nicht mehr erwarten. Nein, da ist jetzt beiseite. Ein bisschen mehr Sorgfalt wäre da eigentlich ganz schön gewesen von Megakonstrucks. Das muss man mal sagen, das können die besser. Ich habe schon besser bei denen gesehen. Aber ansonsten, vom Bau her, hat es Spaß gemacht bisher. Jetzt sind wir hier bei Tüte 2. Da waren insgesamt vier kleine Tüten drin. Einmal dies hier. Einmal dies hier. Dann das, was wir für den Hals brauchen, für den Neck brauchen. Mit den Griffunterteilungen hier. Ja, hier haben wir ein besonderes Teil, um halt den Übergang hinterher wahrscheinlich hier vernünftig hinzukriegen. Ich denke mal, das wird es sein. Alles Drucke. Schön finde ich auch hier oben. Den Kopf hier mit den sechs Mechaniken hier oben. Und Fender Stratocaster Original. Sehr schön. Von der Rückseite leider nicht ausgefüllt. Das wäre noch ganz nett gewesen. Aber sonst sieht es schön aus. Halt klassische Form. Hier haben wir die Seiten drin. Das sind halt Gummis, die reingespannt werden. Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass wir da wirklich irgendwas mit Benzeln machen müssen. Aber das hier sollte sogar ich hinbekommen. Also mit diesen Gummis, die man von Megakonstrucks ja auch schon von anderen Sachen kennt, kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Die kommen auch bei den Schiffen und so zum Teil zum Einsatz. Das funktioniert, denke ich mal, ganz gut. So, wollen wir mal weiterbauen und schauen, wo uns hier Tüte 2 hinbringt. So, wir haben jetzt hier den Gitarrenhals. Soweit fertig gebaut. Und auch hier die Aufnahme, die hinterher in den Körper übergeht. Und hier an diesen vier Schrauben mit dem F-Logo und auch hier oben am Kopf mit dem Fender, wie das da geschrieben ist, kann man erkennen, dass diese Gitarre irgendwo so um 65 rum vom Design her vor Ort ist. In den späteren 70er Jahren haben die hinterher hier nur noch so ein dreieckiges mit drei Schrauben. Und hier haben wir das Hals jetzt mit vier Schrauben. Späte 60er Jahre, würde ich sagen. Sehr schön. Hat sich gut gehalten dafür. Das sind ein paar Farbabweichungen dann auch okay. Vielleicht. So, wir haben jetzt hier die Seiten schon im unteren Bereich angebracht und der Hals ist fertig. Hinten in dem Bereich auch. Und das verheiraten wir jetzt hier mit dem Körper und sichern das Ganze. Hier mal schauen, andersrum. So rum. Und damit ist das Ganze dann fest. Und dann schnappen wir uns jetzt Tüte 3 und bauen dann hier den unteren Bereich vom Körper fertig. Ja, da haben wir unsere, ich sag mal, grobe Strat soweit fertig. Und ich muss sagen, der Rotton gefällt mir jetzt nicht so super gut. Auch mit den Farbabweichungen und alles. Prinzipiell mag ich rote Stratocaster sehr gerne. Ist eine tolle Farbe. Wobei ich selber eigentlich mehr so auf dieses Sunburst stehe. Außenrum schwarz und dann nach innen blond zulaufend. Aber die roten sind eigentlich auch schön. Aber die hier. Also ich sag mal, die Farbe und der Kunststoff sieht so ein bisschen aus wie die Strats, die man auf dem Jahrmarkt kaufen kann oder an der Losbude kriegt, wenn man da halt nichts gewonnen hat. So, diese Dinger, die aus Plastik kalt sind. Hätten sie besser gekonnt, muss ich sagen. Klar, Sunburst hätten sie wahrscheinlich nicht hingekriegt. Also dafür, das hätte großartig bedruckt werden müssen, das geht nicht. Aber der Kunststoff ist nicht so der Knaller. Weiterhin ist es ein bisschen uncool, dass wir hier und hier jeweils die Angusspunkte vorne haben. Jetzt könntet ihr sagen, ja, aber, ne, kannst du ja austauschen. Bauschritt Tüte 1, Bauschritt Tüte 3. Ja, die kann man jetzt hinterher im Endeffekt austauschen, weil die haben nämlich die Angusspunkte so. Entweder ist es bei mir ungünstig oder allgemein ungünstig gepackt. Ich werde es dann hinterher austauschen, dass die Angusspunkte hier nicht so nach vorne zu sehen sind. Obwohl, wenn man eine gebrauchte Shadowcaster sich anguckt, die haben eigentlich immer jede Menge Macken. Hier schön der Jack, also der Stecker für das Abnehmerkabel. Sonst, von der Form her, ich stelle es mal auf weiter, von der Form her finde ich sie klasse. Also wirklich sehr gelungen. Der Designer hat einen guten Job geleistet hier. Gefällt mir sogar besser als das, was bei Lego Ideas eingereicht worden ist. Wobei man da wahrscheinlich hinterher wirklich mal, wenn die Lego Ideas-Fan der Shadowcaster rauskommt, mal den direkten Vergleich zwischen den beiden machen müsste. Ja, jetzt haben wir jedenfalls hier Tüte 4. Da ist einmal dieses hier drin. Und wir haben hier schön verpackt, dass nichts dran kommt, die, ja ich weiß gar nicht, wie heißt das hier bei der Gitarre. Shield, also dieses, ne, ja, das weiße halt hier, was der Gitarre auch so dieses absolut typische Aussehen gibt, wo dann hinter die Pottis drauf kommen. Ja, das ist hier mit drin. Schauen wir mal, wie es aussieht. Okay, unspektakulär. Ähm, naja gut, das sollte ich mir vorstellen, wie es aussieht. Es ist halt ein ausgestannte Stück Plastik, aber die Drucke sind schön. Ja, wirklich, da finden sich die ganzen Schrauben drauf, die es beim Original auch hat. Ich bin ja mal gespannt, ob Lego bei seinem Ideas-Set dann auch alles mit Drucken löst, wie das ja Megakonstrucks standardmäßig macht. Oder ob sie da auch anfangen mit Aufklebern rumzufentern. Da bin ich echt mal gespannt. So, wir haben jetzt hier die Pickups installiert. Wir haben hier die Pottis draufgebracht. Das sieht jetzt hier zusammen mit dem, ja, Schild oder wie auch immer es heißt, mag echt cool aus. Wir haben hier das Griffbrett fertig. Also, man kann mittlerweile wirklich ganz klar erkennen, was es wird. Also, gar keine Frage. Super cool. Jetzt kommt dieses Teil. Ich weiß gar nicht, Bridge oder so. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, wie das heißt. War jedenfalls eine totale Erneuerung bei der Strat, als sie damals rausgekommen ist. Und die hat mit einem großen Anteil daran, dass sie klingt, wie sie klingt. Und dieser Ton, den die bringt, der war sehr beeinflussend für den Rock als solches. Ist nicht umsonst so, dass wirklich ganz große Rocklegenden dieses Instrument gespielt haben. Also, das ist der Ton, der uns allen heute in den Ohren klingelt. Ja, und da haben wir sie fertig hier, unsere Stratocaster. Leider ist die obere Pickup nicht richtig. Da haben sie schief bedruckt und dadurch sind die Abnehmer nicht wirklich unter den Seiten. Hier passt es sehr gut, hier passt es auch relativ gut. Hier gar nicht. Also, wäre es eine echte Gitarre, wäre das Ding hier defekt. Naja, egal. Hier, Tremolo, wunderbar, sieht gut aus. Sehr schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, gut, an der Farbe hätte man von Seiten mega schon noch was machen können. Aber jetzt, wo es so fertig ist und man nicht ganz genau hinguckt, sondern wirklich das Gesamtteil sieht, sieht es echt gut aus. Ein fantastisches Ding. Also, hat auch Riesenspaß gemacht zu bauen. Wir bauen jetzt noch den Stand dazu und dann sind wir hier fertig. Und da habe ich dann knapp 100 Euro verpulvert für das kleine Ding. Aber hey, trotzdem, ich habe hier einen Riesenspaß gerade. Ich meine, das ist die Gitarre, die viele meiner Musikhelden spielen. Also, so ein Sound, das ist einfach, ja. Ich kann wahrscheinlich nur nachvollziehen, wer wirklich auch Rock-Fan ist. Weil das ist einfach ein geiles Instrument. Der Sound ist einfach fantastisch. Ich liebe das Ding. Ja, und dann haben wir sie fertig. Hier unsere Fender Stratocaster von Mega Collapse. 243 Teile. 14 bedruckte Teile. 12 Bruchsteine. Bei 243 Teilen. Und sie sieht wirklich gut aus. Also, soweit sowas aus Steinen gebaut gut aussehen kann. Ich würde mal sagen, wenn man ein Stück zurück geht, sieht man im ersten Moment gar nicht, dass sie aus Klemmbausteinen ist. Und das, obwohl hier wirklich, ja, ein paar typische Formteile, aber im Großen und Ganzen gar nicht so viele Formteile bei sind. Wir haben einmal hier das hier, das hier, oben den Kopf und hinten ein Teil vom Hals. Das sind eigentlich die groben Formteile. Der Rest sind relativ, ja, Standardteile eigentlich, die hier, ach ja, hier der Jack noch, die hier verbaut worden sind. Finde ich richtig gut, gut gemacht, richtig super. Ich bin gespannt auf die Lego Ideas Ausgabe von dieser fantastischen Gitarre, von diesem tollen Instrument. Das hier ist übrigens der Stand. Schön hier mit einer Aufnahme für das Plektron. Ich bin wirklich gespannt, was da von Seiten von Lego kommt. Wie die das Ganze lösen. Und die hier, die wird hinten bei mir in der Wand einen Platz finden. Ist das Dinge das Geld wert? Nein. Nicht materiell. Auch nicht von der Qualität, was die Steine angeht. Also da haben sie beim Rot wirklich rumgefuscht. Ihr seht hier wirklich harte Farbabweichungen. Ich würde mal sagen, drei bis vier verschiedene Rottöne sind hier in diesem Instrument verbaut. Sehr vintage vom Style her. Wenn sie damit beabsichtigt haben, dass es ein bisschen abgegammelt aussieht, das haben sie geschafft. Ich denke aber mal nicht, dass es Absicht ist. Ansonsten ist sie wirklich gut gemacht. Mir gefällt sie richtig gut. Ja, ein bisschen ärgerlich ist hier der Druckfehler bei dem Pickup. Aber na gut, da kann man mit leben. Ansonsten echt schön. Also oben die Mechanik ist toll. Die ganzen klassischen Sachen. Die Pottis sehen super aus. Hier der Stand. Da muss man ein bisschen gucken. Da rutscht sie ein bisschen drin rum. Schön ist hier dieses Pickup, was mit dabei ist. Das ist ein nettes Detail. Wenn man sie für 50 bekommt und wirklich Bock hat auf Rockmusik und man wirklich sowas mag, ja, dann kann man sich die geben, würde ich mal sagen. 94 Euro, die ich dafür gezahlt habe, das ist schon grenzwertig. Ich kann es von der Steuer absetzen. Aber ansonsten, die Waldfee, das ist eine Preisansage. Ja, das muss man wirklich mal sagen. Da hat mega wirklich hier eine neue Kategorie von Preis aufgemacht. Da kann selbst Lego nicht dran. Aber ey, ist für Lego natürlich hier jetzt ein Hold My Beer. Also von daher, ich bin gespannt, was da kommt, bei denen ich persönlich liebe das Stück hier. Ich finde es toll. Es hat riesen Spaß gemacht zu bauen. Gute Stunde habe ich dran eingesessen. Sonst braucht man für 100 Euro. 5, 6 Stunden. Naja, gut. Aber sie sieht toll aus. Ich mag sie wirklich. Also mit all den Fehlern, die sie hat, und sie hat ein paar Fehler, habe ich euch ja gezeigt, mag ich sie trotzdem. Und ja, sie hat mich in dem Entschluss bestärkt, ich will jetzt Gitarre lernen. Also ich werde mir jetzt eine Esquire Stratocaster besorgen und werde dann da September, Oktober rum anfangen, mich da mal so ein bisschen reinzufuchsen. Ja, ich möchte das jetzt auch können. Wenn ich sie schon bauen kann, dann will ich sie auch spielen können. Ja, in diesem Sinne, schreibt mal in die Kommentare rein, wie gefällt euch das Set? Wäre es erstrebenswert, dass solche Sachen in nächster Zeit von Mega vielleicht noch mehr kommen? Andere Gitarren, andere Sachen. Ich finde prinzipiell, machen die einen geilen Job in so Object Art. Ich finde diese Idee eigentlich auch ganz cool, dieses Mega Collapse, dass die da halt Alltagskunst quasi in Klemmbaustein gießen. Das ist ein geiles Konzept, ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Wie schon gesagt, ich weiß momentan nur noch das mit dem komischen Karnickel. Wenn ihr da noch andere Infos habt, schreibt die mal unten in die Kommentare, würde mich interessieren. Da bin ich wirklich gespannt. Ansonsten kommen in nächster Zeit auch noch andere coole Sachen von Mega Constructs. Zum Beispiel der Bone Shaker von Hot Wheels kommt als, ich möchte mal sagen, fast als UCS-Set. Dann kommt eine richtig große Battle Cat, so in dem Stil wie hier der Master Chief war, als gebaut, ne? Battle Cat, das hier ist übrigens der Bone Shaker, der kommt dann als großes gebautes. Bin ich auch gespannt drauf. Also sehr, sehr geil. Da wird uns dieses Jahr noch oder im Laufe der nächsten Monate vom Mega Constructs das ein oder andere schön erwarten. Ich freue mich drauf. Ja, ansonsten war es das hier von meiner Seite. Ich danke euch, dass ihr mir hier wieder Gesellschaft geleistet habt bei der ganzen Sache. Ich werde mal unten in der Videobeschreibung die beiden Documentaries verlinken, die ich geschaut habe beim Bauen. Und ich werde auch mal so ein paar meiner Lieder, die ich sehr, sehr gerne mag, in der dieses Instrument zu hören ist, auch mit verlinken. Könnt ihr euch dann ja mal selber ein Bild von dem Sound machen, wenn ihr eigentlich mit der Gitarre gar nichts so anzufangen wisst. Dass ihr einfach mal wisst, was kann das gute Stück. Ja, in diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Bauen, vielleicht auch selber beim Musizieren. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere selber ein Star-Trucker-Stars-Spieler. Schreibt es auch mal unten gerne in die Kommentare rein. Wenn ich Bock Mist erzählt habe an irgendeiner Stelle, bitte auch unten reinschreiben. Ich bin ja auch nur so ein Durchschnitt-Stümper und ich erzähle auch gerne mal Quatsch. Gerne unten verbessern. Dann habt eine schöne Zeit, wir hören und sehen voneinander. Bis bald. Tschüss. Oh, hatte ich ja ganz vergessen, wie das Ganze aussieht, wenn man es dann hinterher hier in den Koffer reinpackt. Und zwar sieht das Ganze dann so aus. Hat auch was, oder? Da hat wirklich alles seinen Platz. Die Gitarre, Tremolo, Pick-Up und hier der Stent. Haben sie schon Kopf gemacht, die Jungs. Die Gitarre, Tremolo, Pick-Up und hier der Stent.